Ja, hallo, einen wunderschönen guten Abend. 1. November 2016. Ich wollte kurz mich melden und sagen, dass es mir gut geht. Und da ich schon länger jetzt kein Video mehr hochgeladen habe, liegt es da dran. Zum einen an der Schule, weil ich jetzt im dritten Ausbildungsjahr bin und es langsam zum Endspot kommt. Und zweitens ist mir mein Computer abgestürzt bzw. mein Mac. Ich habe den neu aufgesetzt und mir fehlt das iMovie und ich habe jetzt einfach noch kein gescheites Programm gefunden. Und ja, Ausbildung, ich gebe schon genug Geld aus für Ausrüstung und so weiter. Aber ich bin jetzt irgendwie ein bisschen knittrig, hier diese 14 Euro für iMovie auszugeben. Ja, ich wollte auf jeden Fall sagen, es geht weiter. Ich habe die Lust am Hobby natürlich nicht verloren. Im November gibt es eine Tour, eine Woche bis anderthalb. Ich muss mal schauen, wie man es machen könnte. Da werde ich wohl noch eine Freundin, die auch Outdoor begeistert ist, mit begleiten. Da gehen wir zusammen auf Tour. Und das war es eigentlich schon, was ich sagen wollte. Das Video wollte ich halt einfach nochmal, ich wollte euch im Prinzip kurz sagen, mir geht es gut. Ich bin noch am Leben und es geht weiter. Auf jeden Fall, schönste Hobby der Welt. Ich würde sagen, ja, vielleicht mache ich sogar noch ein Video, was nehme ich mit. Ausrüstung und so weiter. Die kalte Jahreszeit kommt langsam. Mir fehlt aber noch so einiges. Auf jeden Fall wollte ich euch sagen, dass ich ab Dezember mal endlich einen Camcorder haben gescheiten, wo ich richtig filmen kann, bei Dämmerung. Ja, und es wird Zeit, dass ich mir noch einen gescheiten Winterschlafsack zulege. Und dann kann das Abenteuer weitergehen in besserer und vernünftiger Qualität. Und ich freue mich. Bis dahin, eure Moni von Buschkraft Freiburg. Ciao.